Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gucken wir uns mal an, wie Motion Tracking in DaVinci Resolve funktioniert. Grob gesagt also, wie ihr einfach an irgendein Objekt, zum Beispiel einen Text oder ein Bild hängen könnt. Viel Spaß bei diesem Video. Alles klar, ich bin, unschwer zu erkennen, schon in DaVinci Resolve, habe mir schon einen kleinen Clip importiert. Das ist einfach so eine einfache Aufnahme, wie ich so eine alte Kamera in der Hand halte. Und was ich jetzt machen möchte, ist, dass ich an diese Kameranummer eben einen Text dran hänge. Und das Ganze mache ich natürlich über Motion Tracking. Motion Tracking funktioniert leider nicht im Edit-Tab, deswegen müssen wir in den Fusion-Tab wechseln. Ist aber nicht weiter schlimm, weil das ist wirklich das Einfachste, was man in Fusion machen kann, gefühlt. Es ist alles andere als kompliziert. So, hier haben wir natürlich jetzt wieder unseren Clip, ist ja klar. Und wir suchen uns jetzt den Tracker-Effekt. Dafür drückt ihr einfach Shift und Leertaste gleichzeitig und sucht euch hier den Tracker. Bei mir war es jetzt schon ausgewählt, aber ist ja egal. Sucht euch hier den Tracker und fügt den hinzu. So, jetzt haben wir hier eine neue Node. Das ist nun mal eben der Tracker. Und wir haben jetzt hier automatisch auch schon unseren Tracking-Point. Beim Motion Tracking ist es immer sehr empfehlenswert, wenn man sich einen sehr kontrastreichen Punkt aussucht. Bei mir wäre zum Beispiel dieses kleine Metallstück ziemlich praktisch. Das ist weiß auf schwarz, also deutlich kontrastreicher geht es eigentlich gar nicht. Weil dadurch machen wir es dem Programm deutlich leichter zu erkennen, welches Objekt es nun verfolgen muss. Zudem ist es auch noch gut, wenn das Video, was ihr gefilmt habt, in einer möglichst hohen Verschlusszeit aufgenommen wurde. Also ich sag mal sowas. Ein hundertfünfzigstel, ein zweihundertstel, irgendwie sowas. Weil das Video dadurch schärfer ist und in Bewegungen nicht alles verschwimmt. Das macht es auch wieder für den Tracker leichter, das Objekt zu verfolgen. Ich kann jetzt einfach mal bei mir ranzoomen. Ihr seht auch in der Bewegung, das Objekt ist eigentlich überwiegend scharf. Es ist jetzt leicht aus dem Fokus, aber das ist nicht weiter schlimm. Wie gesagt, haben wir jetzt hier unseren Tracking-Point. Und den schieben wir einfach hier mit diesem kleinen Punkt an der Ecke auf das Objekt, was wir tracken wollen. Also bei mir hier dieses kleine Metallstück. Und jetzt haben wir hier zwei Rechtecke. Das innere Rechteck ist einmal dafür da, dass wir das Objekt, was wir tracken wollen, einrahmen. Das solltet ihr also ungefähr auf der Größe, jetzt bei mir zum Beispiel von diesem Metallstück machen. Natürlich immer ein bisschen größer, man braucht ja immer ein bisschen Spielraum. Und dieses gestrichelte Rechteck ist nun der Bereich, in dem das Programm nach diesem getrackten Objekt sucht. Den solltet ihr nicht zu klein und nicht zu groß machen. Je größer ihr ihn macht, desto länger dauert der Track. Und je kleiner er ihn macht, desto ungenauer wird es. Also solltet irgendwie so ein Mittelding finden. Und ich sage jetzt bei mir mal so, das sollte ungefähr hinhauen. Falls ihr es sehr genau wollt, könnt ihr natürlich auch hier unten die Breite und Höhe von diesen Kästchen einstellen. Aber ich denke mal, das ist ein bisschen zu viel. Und ja, habt ihr das ordentlich ausgewählt, können wir eigentlich schon direkt mit dem Tracken anfangen. Wir haben hier fünf Optionen zum Tracken. Einmal vom jetzigen Standpunkt nach hinten oder nach vorne. Das sind diese beiden Felder oder einfach von Anfang an bis zum Ende oder vom Ende bis zum Anfang. Das sind diese beiden und der in der Mitte ist dann einfach dafür da, um den Track zu stoppen, falls mal irgendwas schief läuft. Das hoffen wir aber natürlich nicht. Deswegen beginne ich jetzt einfach mal mit dem Track. Das hat ziemlich gut geklappt. Das war gerade alles Realtime. Also ihr seht, das geht wirklich schnell. Ich überlege mir immer noch, wie lange das damals in After Effects gedauert hat, bis man mal so einen Track hier ordentlich fertig hatte. Da ist das in DaVinci Resolve viel, viel, viel angenehmer. Und ja, wenn wir uns das jetzt hier einfach mal angucken, dann hat der Track ziemlich gut hingehauen, würde ich mal sagen. Ja, da müssen wir nichts nachbessern. Es kann immer passieren, dass der Tracker mal ein paar Zentimeter daneben ist oder vielleicht auch teilweise komplett daneben. Dann müsst ihr einfach den Track anhalten, wenn ihr das live seht. Und ja, dieses Trackfenster hier wieder dahin verschieben manuell, wo es ist. Vielleicht ein paar Frames das machen und dann einfach weiter tracken. Falls es immer noch nicht besser wird, einfach mal das Feld größer machen. Einmal das Innere und natürlich auch das Äußere. Und ja, einfach weiter probieren. Irgendwann klappt es dann wieder. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon mal unseren, ja, ziemlich erfolgreichen Track. Und hier will ich ja jetzt, wie gesagt, einen Text ranhängen. Deswegen, ja, hole ich mir jetzt erstmal eine Textnote ran. Ich mache die mal auf den linken Bildschirm. Könnt ihr dann schreiben, was ihr wollt. Ich schreibe einfach mal Abonnieren. Solltet ihr auch machen. Würde mich natürlich sehr freuen, um hier einfach nochmal ein bisschen Werbung mit reinzubringen. Und jetzt verbinden wir das einfach mit der Tracking Node. Und wie ihr seht, seht ihr nichts. Das liegt daran, dass wir erstmal noch hier zum Tracker gehen müssen. Operation und dann hier Match Move auswählen müssen. Also ja, sozusagen Bewegung verbinden. Ich mache es jetzt mal wieder hier groß. Wenn wir uns das jetzt angucken, dann bewegt sich der Text mit diesem Punkt da mit. Also sozusagen auch mit der Kamera. Den Text kann ich natürlich jetzt einfach noch verschieben. Zum Beispiel, was weiß ich. Könnt ihr natürlich mitmachen, was ihr wollt. So, und jetzt zeige ich euch auch noch schnell, wie ihr einen Zweipunkt Track macht. Bei dem, was wir jetzt gerade gemacht haben, verfolgt ihr nur die Position von diesem kleinen Nupsi hier. Also quasi hoch, runter, links, rechts. Die anderen zwei Eigenschaften von Texten, Bildern, was auch immer, also die Drehung und die Skalierung, ist hiervon nämlich nicht beeinflusst. Dafür brauchen wir nämlich zwei Track Punkte, die verfolgt werden. Damit das Programm einfach weiß, ob sich der Text nun neigen muss, ob er größer werden muss, wenn die Punkte zum Beispiel weiter auseinander gehen oder ja, was auch immer. Deswegen löse ich jetzt einfach mal hier die Verbindung schnell auf und gehe wieder zum Tracker. Dann fügen wir hier einen neuen Tracker hinzu. Da haben wir jetzt wieder hier unser Feld. Und ich packe es jetzt bei mir einfach, weil es sich anbietet, einfach mal auf dieses andere kleine Metallstück. Ich gehe mal lieber zum Anfang hin und wiederhole den ganzen Prozess einfach nochmal. Ich mache das jetzt mal ein bisschen schneller. So, der zweite Track war jetzt auch wieder erfolgreich und ja, mehr müssen wir eigentlich gar nicht machen. Ich kann jetzt wieder den Text hier verbinden und wenn wir uns das jetzt angucken, dann seht ihr, jetzt wo sich hier die Kamera so leicht dreht, dreht sich der Text mit. Er skaliert sich auch mit, aber das sieht man jetzt bei mir in dem Fall nicht so doll, weil sich die Größe der Kameranummer eben nicht verändert. Aber würde jetzt zum Beispiel die Kamera näher an die andere Kamera, mit der ich das gerade film, ranbewegen, dann würde der Text natürlich auch größer werden. Wisst ihr? Ich denke mal, das ist gut zu verstehen. Aber ja, wie gesagt, dann war es das auch mal wieder mit diesem Video. Ich hoffe natürlich wie immer, ich konnte euch hiermit irgendwie helfen. Wie gesagt, ich finde, das ist ein wirklich geiler Effekt, den man häufig benutzen kann in was auch immer für Fällen. Ihr könnt natürlich hier auch nicht nur Text ranhängen, sondern auch irgendwelche Bilder theoretisch. Das ist natürlich auch kein Problem. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da oder macht das, was hier steht oder schreibt einen Kommentar, was auch immer. Ist euch überlassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Am besten schon morgen. Bis dahin, haut rein.